Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 34.300 US-Dollar. Wenig Veränderung zu Wochenbeginn, trotzdem befinden wir uns in einer spannenden Phase. Außerdem ist eine neue Long-Position das erste Mal geplant. Ihr seht schon, Volumen ist ziemlich rausgegangen jetzt über das Wochenende. Aber ich glaube, diese Woche wird eine spannende Woche. Wir haben ja einen Marktausblick, der am Samstag online gekommen ist. Schon mal viel darüber geredet, dass vor allem Mittwoch, Donnerstag und Freitag sehr, sehr viele News kommen. Und ich denke, das wird auch Bitcoin diese Woche ordentlich betreffen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und außerdem habe ich gestern das Tangem-Update hochgeladen, also das kleine Review, wie richtet ihr das ein, wofür ist es gut. Außerdem könnt ihr natürlich auch eine gewinnen unten in den Kommentarspalten. Also schreibt auch gerne einen Kommentar rein, wenn ihr Bock habt, so eine Hardware-Wallet zu gewinnen. So, und dann würde ich aber sagen, legen wir los. Bitcoin, wie gesagt, bei 34.300 US-Dollar. Ihr seht schon hier, ich habe die Range schon eingezeichnet. Das ist momentan das, was zählt. Wir bilden eine sehr, sehr enge Range. Das Ascending-Triangle, das Symmetrical-Triangle, alles hat sich in Luft aufgelöst übers Wochenende. Es gab keine richtige Bewegung. Und wenn, dann hat diese Bewegung nach oben hin geführt, bis auf knapp 34.700 US-Dollar. Mittlerweile, wie gesagt, erstmal etwas kleinere Korrektur, ist aber auch völlig wurscht. Die Range gilt momentan. Und für mich ist momentan der Stand, dass ich sehr, sehr wahrscheinlich hier unten nochmal eine Position eröffnen würde, bei ungefähr 33.000 US-Dollar. Dass es so einen kleinen Fake-Move eben geben wird, dass wir hier nochmal runtergehen, die Liquidität aufsammeln, den Fake-Move machen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Das heißt, Long-Position ist geplant hier unten bei ungefähr 33.200 mit einem Stop-Loss ungefähr 32.900 US-Dollar. Müssen wir da mal beobachten. Wie gesagt, wenn der Kurs da runterkommt, das wäre ein Risk von ungefähr 0,96%. Finde ich absolut in Ordnung, sollten wir eben hier diese Position eingehen. Weil, wie gesagt, das Ziel, und da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ist weiterhin eben hier oben dieser Bereich um 37.000 bis 38.000 US-Dollar. Wir hatten einen verdammt geilen Wiki-Close. Und das muss man jetzt wirklich nochmal sagen. Ich mache jetzt hier gerade nochmal die Zeichnung weg, die ich da hier gerade reingemalt habe. Wir hatten einen sehr, sehr geilen Wiki-Close. Wir haben es sogar geschafft, hier über der Marke von 32.400 US-Dollar zu schließen. Das wäre unser Best Case gewesen, habe ich ja im Marktausblick auch dazu gesagt. Mindestens wäre das gut gewesen, die 31.800. Wir sind über 32.400 US-Dollar gekommen. Das heißt, wir haben technisch gesehen auf Wiki-Basis einen geilen Wiki-Close, ein höheres hochgebildet. Wir haben die Range wirklich verlassen. Und das könnte uns zu Wochenbeginn erst einmal noch deutlich nach oben hin pushen. Und dann, wie gesagt, ist das Ziel, die Oberkante unseres derzeitigen Rising Wedge. Ist ein bearisches Chart-Patter natürlich, aber, wie gesagt, es heißt ja nicht, dass wir dann im Endeffekt auch nach unten hin bearisch ausbrechen müssen. Es kann genauso nach oben hin verlassen werden. Aber unsere Zone, wie gesagt, liegt hier oben zwischen 37.300 und knapp 40.000 US-Dollar. Und da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Würde zu der Range passen oder Bullflag, je nachdem, wie ihr es dann wieder nennen möchtet. Man kann auch Bullflag mittlerweile, glaube ich, dazu sagen. Keine Ahnung, in welcher Symmetrie das dann auch wieder sein muss. Aber, wie gesagt, die Konsolidierung sieht gut aus. Ich gehe auch davon aus, dass wir diese nach oben hin verlassen. Aber so ein kleines Fake-Out nach unten hin kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Wir blicken mal ganz kurz noch auf den DXY. Wie sieht der aus? Momentan einen Konsolidierungsmodus. Sollte dieser einen Pump kriegen, könnte das natürlich wieder schlecht für Krypto sein. Aber da sieht es gut aus. Und auch Gold, muss man dazu sagen, mit einer leichten Korrektur. Also das sieht schon mal gut aus. Warten wir hier erstmal noch ein bisschen ab. Und ja, könnte dann eben dazu aufführen, dass Bitcoin hier seinen kleinen Abverkauf in Richtung 33.200 US-Dollar bekommt. Dann hier die Long-Position triggert. Werde ich euch dann in der Telegram-Gruppe nochmal Bescheid sagen. Und von hier aus dann einen Long-Impuls. Zumindest mal bis an die Oberkante. Das wäre dann auch hier zumindest mal der Take-Profit 1 bei ungefähr 35.000 US-Dollar. Ansonsten Maximalziel 37.000 bis 40.000 US-Dollar. Also daran hat sich nichts geändert. Deswegen gehen wir mal rüber zu Ethereum. Und auch hier seht ihr schon, das wird jetzt ein relativ kurzes Update. Ist mir aber egal. Im Endeffekt das gleiche, was wir letzte Woche darüber besprochen haben. Aber ich warte auch hier noch auf diesen leichten Abverkauf. Ich warte darauf, dass wir noch in das Golden Pocket hier unten reinfallen bei ungefähr 1.734 US-Dollar. Wobei man das hier oben nochmal minimal anpassen müsste. So, jetzt unten nach unten hin auch ein bisschen. Aber im Endeffekt bleibt es gleich 1.740 US-Dollar. Da möchte ich auf jeden Fall rein in diese Zone. Würde auch passen, wenn wir uns hier jetzt so eine kleine Range einzeichnen. Aber nun mal mit den Linien wäre das auch die Unterkante der Range hier im Endeffekt. Würde passen. Liquidität aussammeln. Kurzes, tieferes Tief ins Golden Pocket rein. Und dann die Reise nach oben hin in Richtung 2.000 US-Dollar fortsetzen. Das heißt auch hier werden wir sehr wahrscheinlich eine Long-Position triggern. Bei ungefähr, ich sage es mal 1.745. Mit einem Stop-Loss deutlich nicht mehr so tief wie hier noch angekündigt. Den werden wir dann wahrscheinlich hier bei 1.718. Das heißt auch hier ungefähr 1% Risk für diese Long-Position, die ich jetzt dann geplant habe. Also, kurze Zusammenfassung. Wir rangen. Es gibt wenig zu berichten. Für mich, klar, wir werden nochmal an die Unterkante eben dieser Range gehen. Wir werden nochmal ein bisschen Liquidität aufsammeln, weil die Liquidität nach unten geht. RSI kühlt ab sehr, sehr gut. Geiler. Weekly Close. Wie gesagt, Range gebrochen. Beziehungsweise die übergeordnete Range gebrochen und ein höheres Hoch geschafft. Und ansonsten, wie gesagt, Ethereum 1.747. 1.747 wäre so die erste Long-Position. Und dann mit einem Stop-Loss bei knapp 1.718. Bitcoin nochmal zurück. Long bei ungefähr, ich sage es mal, 33.200. Mit einem Stop-Loss von 32.900. 800. Je nachdem, müssen wir dann nochmal ganz genau gucken. Das ist der Plan für heute. Ansonsten wünsche ich euch einen geilen Wochenstart. Und ja, eine erfolgreiche Woche auf jeden Fall. Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns vielleicht später nochmal zu einem kleinen Altcoin-Update-Video, wenn ich es heute noch schaffe. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Wünsche euch eine schöne Woche und hoffen wir, dass die Trades so kommen. Also dann, bis dahin oder bis später vielleicht. Ciao, ciao und wie immer. Stay safe.